willkommen zurück zu oh ich habe gar keine musik auf let's play horizon zero dawn danke fürs wieder einschalten und auch den leuten im twitch channel die mich wieder begleiten in einem sagenhaften abenteuer einer postapokalyptischen welt in der die welt von roboter artigen ja dinosaurien bewohnt wird und wir menschen nur noch in höhlen leben naja nicht ganz in stemmen und ja unser ziehvater rost ist in der letzten folge draufgegangen und auch aloe ist fast gestorben und fand sich dann auf einmal hier in diesen höhlen wieder keine ahnung wie lange sie hier rumgelegen hat ich gehe jetzt erst mal hier lang wir müssen den weg nach draußen suchen und das ist wohl eindeutig eine sackkasse nein geht es halt eben hier entlang ist das eine rote tür eine tür die rot ist das heißt wir müssen noch unbedingt erst mal unser zeug wieder finden jetzt irgendwie meine sachen gut und wo ist mein fokus hier ok was bin ich etwa im heiligen berg aber nur stammmütter dürfen ihn betreten ich sehe meinen bogen nirgends diesen kaputten fokus den ich diesen mörder abgenommen habe wo ist das alles ich muss weiter suchen so dann gucken wir doch mal wir suchen den bogen aber hier ist auch noch irgendwas wir können zumindest mal die türen angucken deswegen ist etwas hier ist kram hier ist kam was da eine bunkertür aha was haben wir hier gesicherte eindämmungsluke was ist das eine bunkertür ganz viele bunkertüren yay willkommen in fallout 76 dem wahrscheinlich leersten online rollenspiel der welt in dem es so viel zu tun gibt dass man es nicht installiert und angespielt hat okay wir gehen mal hier lang anscheinend müssen wir wohl auch wirklich hier entlang einfach mal die tür wir wissen jetzt worum es geht es wäre im uhrzeigersinn gewesen das letzte mal gegen den uhrzeigersinn gedreht voll blöd von uns ich empfange eine art signal was ist das das muss der kaputte fokus sein den ich den mörder abgenommen haben er ist in der nähe dann suchen wir den doch mal ok da geht es lang haben wir hier sonst noch irgendwas ich finde das nämlich mega interessant hier einfach guck mal ob es hier irgendwie ruinen und so weiter die nora haben diesen ort nicht erbaut es waren die alten aber warum naja wofür bunke halt eben gut sind man versteckt sich einen wunderschönen guten tag kiki ich habe doch gesagt kiki ist im test äh ist im twitch ja die hat hallo gesagt geschrieben da mit meinen anderen sachen ausgezeichnet wir haben unsere sachen wieder was kannst du mir zeigen alle kommandanten ausgrabungen stoppen und sofort zum missionspunkt vermeidet kontakt zu den nora wilden doch wenn man euch sieht tötet die zeugen bild der zielperson im anhang versagt nicht bild der zielperson wer sagt dass ich genauso bin sie sah mich durch holens fokus wie ist das möglich dann beeilung ich komme jetzt warte auf identiskan ihr dürft nicht länger auf z hören hört endlich auf mich wo kommt es her von wann ist meine mutter ich soll sterben weil ich aussehe wie du du bist wach du hast mich hergebracht schnell du musst mir folgen wohin zu dem ort an dem du geboren wurdest heißt das ich wurde hier geboren im berg es ist besser es zu zeigen äh okay what the heck in wirklichkeit bin ich ein golem hahaha ich werde riesengroß und werfe Steinen um mich ähm okay die oma will uns irgendwo hinführen ich will aber ich will aber inspizieren explorieren lass mich raten ich bin von hier gekommen oder naja gut dann laufen wir eben wieder zurück ist okay habts verstanden los oma zeig mir den weg ja komm grad eben konntest du auch rennen jetzt tu mal nicht so als ob du jetzt nur noch gehen kannst hahaha schön wärs ähm ich hätte jetzt so ein gerne so eine waffe wie ähm Megaton du warst dem tod nah und bei seiner mutter zu sterben ist heilig Lanzra wollte es nicht aber Jessa stimmt mir zu das ist schön hier ist doch sicherlich Kram den ich sonst übersehen würde ist meine mutter hier werde ich sie sehen es ist kompliziert bitte komm einfach mit also dafür dass sie hier die ganze Zeit unten rum geistert hätte ich zumindest mal ein bisschen Staub bewischen können ähnelt meine mutter mir bis auf die Haare das sollte unmöglich sein deine mutter ist keine frau Aloy der Berg ist deine mutter ich was was meinst du denn damit komm was ist das hier die große kammer in der die urmutter den metall träufel vernichtete und dich gebar das das erprobungsmassaker war erst der furchtbare anfang unser kriegstrupp der hinter den mördern her war wurde überfallen und abgeschlachtet was hat das mit meinem geburtsort zu tun nun ich hoffe alles und hier haben wir dich gefunden du hast geschrien wir sahen nach und da warst du ich lag da einfach ja meinst ich kann durch diese tür daran habe ich immer fest geglaubt dass du dem leib des bergs entsprungen bist es war ein geschenk der urmutter selbst doch andere wie lansra sahen dahinter vielmehr eine dunkle macht kein geschenk einen fluch aber das ist keine göttin das ist eine tür mit leuten dahinter oder oh identity scan wird durchgeführt die göttin sprich wie die frau dich sah fehler alpha registry beschädigt identität nicht bestätigt zutritt verweigert nein nein bitte bitte die urmutter sprach mit dir als ob sie dich kennt hast du nicht zugehört sie hat mich nicht erkannt wegen der verderbnis das waren ihre worte also wenn du die verderbnis heilst wird sie dich erkennen und wie sollte das gehen du hattest visionen von einer frau mit kurzem haar ja die mörder wollten mich weil ich wie sie aussehe aber sie sind unüberwindlich haben wir denn keine andere spur die mörder die mörder sahen mich durch ihn die mörder sahen mich durch ihn das du sagst der stamm könnte ausgerottet werden wie kommt das nach dem massaker bei der erprobung schickten wir einen großen kriegstrupp nach den mördern aus mehr als die hälfte starben wie wurde der kriegstrupp besiegt die mörder kämpfen nicht allein auf irgendeine art beherrschen sie die maschinen verderben sie machen sie verrückt die mörder sind geflohen ja und jetzt fällt mein mit stamm mütter nur noch ein die hymne der buße zu singen und die urmutter um gnade zu bitten als ob sie nicht will dass wir uns selbst helfen und was ist dein plan dies hier dies hier ist mein plan dir deinen geburtsort zu zeigen damit du deinem mutter gegebenen schicksal folgen kannst die anderen stamm mütter warten auf uns lass mich reden also irgendwie klone und so ist es getan ja sie weiß es schwestern die göttin hat zu er gesprochen sie soll die verderbnis heilen und wie soll sie es machen sie muss dazu unser heiliges land verlassen als sucherin wenn die göttin es so will muss es sein ihr nennt dieses ding eine sucherin schwester ich bitte dich lancer sei vernünftig das wird eure sünde nicht meine schickt sie suchen auf das wir sie nie wiedersehen bei der heiligen gnade der göttin weihen wir dich hiermit zur sucherin des norad bammes nichts steht deiner heiligen aufgabe jetzt im weg möge die urmutter die schützen und stützen bleib dir treu ich bereite die hymne vor wir alle hoffen und hier ist ein zeichen in zeiten der not können die erzmütter einen sucher weihen einen würdigen krieger der große ziele erreichen soll wo auch immer diese ziele ihn hin führen auch außerhalb des heiligen landes ja und mit dem recht nachher wieder zurückzukehren oder wenn es notwendig wird das ist ja super ich bin die karriere ähm leiter anscheinend ziemlich schnell hinaufgeklettert erst die probe dann ähm okay fragen wir erstmal wo kann ich denn eigentlich hingehen ich kann also überall hin ohne einschränkung sogar an verbotene orte wie die verdorbenen lande fern der urmutter oder die ruinen der metallwelt gut das ist das ist schön ähm metallwelt warum sind die ruinen der metallwelt verboten das sind schlechte orte ähloi dunkel und böse wie die kinder des metalls die sie bauten als sie die urmutter umbringen wollten löschte ihr zorn ihre städte aus aber nicht ihre sünden ihre uralte bosheit haust in den ruinen um jeden zu verführen der so dumm ist hinein zu gehen aber ich war in einer ruine es sah fast wie im innern der urmutter aus das kann gar nicht sein es ist so dann ist das etwas was ich nicht begreife du wirst die wahrheit wohl herausfinden okay gibt's noch andere suche gab es schon andere suche es gab sie aber wenige und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück war rost ein sucher nein ein sucher nicht äh was hältst du von mir geheim jetzt ist nicht die zeit aloy vielleicht ein andermal ach toll ich möchte aber mehr über rost wissen was ist mit rosts leiche passiert es war leider nur sehr wenig von ihm übrig aber was da war begruben wir dort wo er dich groß zog mit blumen auf dem grab danke das ist nett warum nennt ihr die lande jenseits des noralands verdorben muss man das fragen unser land ist heilig wir leben im blick der einen göttin der urmutter der quelle allen lebens jenseits ihres blicks liegt ein weites verlorenes land spirituell unrein deshalb ist es uns verboten dorthin zu gehen aber der sucher segen wird dich schützen so viele mussten leiden kann ich etwas tun um zu helfen am wichtigsten ist dass du den zweck erfüllst den die urmutter für dich vorgesehen hat du weißt doch auch nicht was das bedeuten soll dann finde es heraus wenn du jedoch erkennen solltest dass es teil des zwecks ist dem stamm zu helfen dann tu das bitte zweifellos sind überall im ganzen becken leute in not doch das ist schön endlich wieder aufgaben sidequest du sagtest ein norakriegstrupp hat die mörder verfolgt ja aber er wurde hinterrücks überfallen wenige konnten entkommen und zumeist schwer verwundet weißt du wo die mörder sind nein aber frag doch wahl einen krieger der die tore des beckens bewacht er hat den hinterhalt überlebt er weiß sicher mehr na komm der penner hat die doch sicherlich reingelassen hat ihm zugeguckt ich sollte jetzt gehen zuerst musst du zu den toren des beckens gehen sprich mit wahl er zeigte den weg nach meridian wenn irgendein norakriegstrupp dich aufhalten will dann zeige dass du eine sucherin bist werde ich danke thiesa für deine hilfe die urmutter segne und beschütze dich für deine hilfe für alles mädels wir wollen beginnen reinigt euer herzen abgeriegelt bitten wir um vergebung für die sünden die uns ins elend okay hier ist mega party am werk wenn die stammmütter ihre stimmen erheben kann ich hier abspeichern das große feuer wollen sie nicht starten das ist ja gemein oh das ist ja geil ich kann jetzt mehr heilendes kraut tragen wann habe ich denn das geschafft keine ahnung aber ich nehme es give me some stuff ganz schön düster hier gerade das ist pervertierte natur metall geworden so ja das ist doch hier alles noch mehr regen meine stiefel werden ganz nass ja jetzt jammerst du rum wegen deiner stiefel jammer mal lieber rum wegen der verlorenen leute und toten leute und so weiter und nicht wegen deiner stiefel mädchen so ausgezeichnet ich fühle mich hier schon fast wieder vollständig erfrischt dann wollen wir mal unser abenteuer langsam mal richtig fortsetzen oder langsam mal beginn würde ich behaupten wir sind jetzt in der karriere leiter wie gesagt massiv aufgestiegen und können hier jetzt durch die gegend laufen wie wir lustig sind wir sind nicht mehr verstoßen ganz im gegenteil ja jetzt bejubeln sie mich alle vorher wollten sie mir noch alle den tod wünschen jetzt so oh die ist so toll oh ja Aloy geil eigentlich sollte ich gar keinen von euch am Leben lassen dunkle seite stark in mir ist so dafür glaube ich euch die gesamten ähm Holzvorräte habt ihr jetzt alle davon alles meins man kann nie wissen wann man das mal braucht ah super hier vorne ist auch direkt kann ich hier jetzt ja hier kann ich speichern hier kann ich das große Feuer anzünden das freut mich doch so was habe ich hier haben wir Heilkräuter jawollo damit sollten wir von Heilkräutern ausreichend befüllt sein aber ich sehe hier keine Möglichkeit zu speichern bin ich schon an Speichermöglichkeiten aha ich bin voll dran vorbeigelaufen scheinbar oder auch nicht ne Moment ne hier gibt es keine Möglichkeit zu speichern das ist ja gemein na gut immer mir auch geschieht er wird in Sicherheit was haben wir da ach ist das schön ja ja schrei mir nicht so an ich hab nicht gehört wer ist wo wer redet hier mit mir ich ignorier ihn einfach mach das was ich am besten tun kann beckens wer ist man na du wie geht's dir ich muss durch das Tor und seit wann interessiert es mich was ausgerechnet du musst ich würde sagen seit ich eine Sucherin wurde also knie nieder jubel mich und ähm huldige Milch als Götchen du Sucherin sind Tersa und Jessa jetzt verrückt schlimm genug dass du bei der Erprobung warst wenn du verletzt bist bringen sie dich in den heiligen Berg um dich zu heilen kein Wunder dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen du bist ein niemand nein pass auf was du sagst du entehrst die Toten oh das ist das ist nett das ist nett das geht so richtig in seine Seele wie kannst du sehr herzlos sein ich kämpfte mit diesen Kindern Schulter an Schulter Rücken an Rücken ich sah sie sterben und jeder von ihnen als wahrer Nora hätte dir einen Pfeil reinjagen sollen Resh komm jetzt Ruhe ich bin dein Kriegsherr und ich eine Sucherin geweiht von den Erzmüttern also öffne das Tor und ich werde verschwinden je schneller du hier verschwindest desto besser was war das? da stimmt doch was nicht der Dämon gebt Alarm meine Götten was macht er mit ihnen? er kontrolliert sie macht euch bereit ich glaube der ist dick gepanzert was hast du hergelernt zu mutterloser Fluch töntet sie Krieger töntet sie alle okay sind wir das mit einem Highground kein Highground das ist schlecht Moment Idee es ist so weit es ist so weit ich muss da kommt er putz angriff passt auf die Läufer auf sie sind verrückt geworden so den ersten haben wir den zweiten haben wir auch oh dieses Zeug ist wohl nicht so gut oh fuck das wurde ich ja gar nicht der macht den Mega Terror mal eben schnell eine Sicherheit für uns aufbauen und jetzt einmal schnell die Waffe wechseln wow der hat Raketen die soll alles auch so weg mit mir und schön wenigstens einer der in unsere Falle getrapt wird ausgezeichnet jetzt fehlt nur noch der Große komm jetzt kommst du wieder mit Raketen an oder was oh spring ah hab ich jetzt nicht gerechnet verfehlt ja der mit das war schon eher mein Fall aber der der zieht aber auch nicht hier nope just nope au ok ich hab's verstanden ein bisschen Heilung lesen ich verkehrt ne ok das war's genug gerannt da ich hab mich hierhin ich blüpf noch mal was na komm ein kleiner Schlag und weg loot 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 ok wie machst du das zeig's mir sie haben die gehorcht wie das damit machst du das es verbindet sich mit dem Fokus kann ich das verwenden probieren wir's aus bloß ein paar Draht schlingen das sollte halten ich muss es nur noch testen äh wie hast du das gemacht tap was machst du denn hier du bist ein näher kein krieger ich verteidige hier mutters wacht aber mit so etwas hätte ich niemals gerechnet du tötest den dämon und weidest ihn komplett aus die kontrolle über die maschinen ich glaube ich weiß wie es geht ich will es an einer maschine testen äh es sind viele läufe auf dem weg zu den toren des beckens glaub ich ganz genau und zu den toren wollte ich ja ohnehin ich muss mit wald sprechen ich wusste dass du anders bist aloy aber aber was ich glaube du bist ein segen der urmutter egal was resch sagt danke tap aber ich muss jetzt los das musst du ich denke an dich oh ist ja cute okay wir brauchen das tor muss sofort repariert werden erstmal ein bisschen life point weil diese verderbnis macht dicke Auer aber Loot kann man hier nicht einfach so links liegen lassen hier oben ist noch irgendwas das will ich natürlich auch haben vorratskiste alles her damit so runter da so was haben wir hier noch mehr Heilkraut Heilkräuter nom 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 damit ist mein Leben gerettet so haben wir hier sonst noch irgendwas ah hier ist noch eine ganze Menge guck mal da drüben ist noch eine Kiste anscheinend und hier ist noch Loot her damit Loot immer her damit so da drüben ist eine Vorratskiste tja dumm gelaufen vor euren Augen klaue ich euch alles meins obwohl Moment ich darf das ja ich bin ja jetzt eine Sucherin ha 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 ja mit allen euren ähm mit euer Hab und Gut alles meins alles meins ha 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 oh ich hab by the way eine Sprengfalle bekommen scheinbar so he he darf ich auch das darf ich auch machen ich darf auch Sachen kaputt machen ich darf nicht nur Sachen ähm Clown darf auch Sachen kaputt machen hab ich gehört da drüben hab ich auch noch was vergessen es liegt noch so viel Kram rum ich muss den alles ich muss das alles mitnehmen ich bin so ein kleiner Messi immer her damit her komm meins 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 da drüben ist auch noch was ich geb das her oh geil lo mh ja geil Heilkräuter 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 was haben wir denn hier da haben wir jetzt ah klar den ähm ich muss eine Maschine finden und dieses Überbrückungsgerät testen ein Safe Spont ja Laserraptoren 10 das wird voll gut ich freu mich schon richtig drauf dafür brauche ich aber glaube ich den ersten ähm in Hikri sowas wie ein Tempel oder sowas die Ruinen genau da muss ich hin in die Ruinen ähm soll ich da mal reingehen Ruinen sind immer gut vielleicht finde ich zwischendurch noch ein paar Heilkräuter oder sowas was haben wir hier Steine die brauchen wir nicht mehr aber ja wie gehen wir in die Ruinen rein wenn wir hier schon in der Nähe sind obwohl das waren glaube ich die Ruinen wo wir als Kind drin waren oder so in die wir hier unten reingehen können ist gar nicht so verkehrt das da zu machen ähm einfach aus dem Grund heraus weil da gab es definitiv eine Tür in die wir nicht rein konnten wo geht es denn hier in die Ruine ich will da rein es muss aber irgendwo ein Loch sein oder sowas hier drüben ne jetzt bin ich schon wieder fast jetzt bin ich schon wieder komplett vorbei Idee ich wähle das einfach an so ha kling angewählt und hingelaufen und Highcrow da ist die Ruine haha runter da ja das ist tatsächlich die Ruine in der wir früher waren das ist so was haben diese Ratten da gerade gemacht gerade so aus dem Augenwinkel gesehen das war doch das ist ja fast wie ein Flashback selbst die Federmäuse sind da wo sie das letzte Mal waren das ist ja Wahnsinn hier muss ich durchkriechen check geschafft so wir sind ja jetzt hier besser ausgestattet mit unserem äh Fokus so nennt sie das deswegen können wir hier nochmal ein bisschen rumgucken und mit ein bisschen Glück ein bisschen Spielerei finden wir dann auch noch ein bisschen mehr Zeug oder sowas weil da war definitiv irgendwo ein ähm eine Tür oder sowas die wir nicht benutzen konnten ist die Leiche auch noch hier die wir damals gesehen haben keine Ahnung vielleicht finden wir sie gleich schau mal da drüben ist irgendwas aber was Metallpflanze ganz viele Heilkräuter sieht nach ganz vielen Heilkräuter da drüben aus Moment ah kann hier einfach durch ist ja stark was ist das eine Metallblume Modell 1 was machst du eigentlich hier draußen okay Metallblume gefunden unbekannte Machart Spuren von Saatkeimung eingebettetes Codefragment entdeckt äh Funktion war Licht des Mondes zieht rückwärts der Blume Schatten kriecht nach Osten Funktion war also ich hab mir jetzt irgendwie mehr erhofft aber okay was soll's wir haben was gefunden was wir vorher noch nicht hatten nebenbei bin ich da selbst beim letzten Mal als ich das Spiel gespielt habe nicht drauf gekommen aber hier genau wahrscheinlich hier oder da unten da ist noch eine Tür die wir nicht öffnen konnten irgendwo war eine Tür die wir noch nicht öffnen konnten und die will ich natürlich jetzt öffnen wir konnten die glaube ich nicht öffnen weil wir zu klein waren zu dem Zeitpunkt und jetzt sind wir aber groß und verstehen Dinge besser als vorher so ein bisschen zumindest vielleicht gegebenenfalls Moment so tatsächlich ist hier oben irgendwas noch oder auch nicht sah so aus als ob ah Mensch ja jetzt weiß ich wo wir sind sind ähm in der Sackgasse gelandet beinahe kann man echt hier nicht ne kann man nicht schade äh was haben wir denn hier ach Moment das hier das sind ist das ein MRT oder sowas so hier oben ist diese Tür und genau hier drüben war dieses Holoschloss ja ok damit komme ich klar war das nicht hier auf der Seite ich bin mir gerade nicht sicher öffnen wir hier die Tür nochmal wir wissen ja jetzt wie das geht ah das war's ich frage mich ob ich da reinkommen kann jetzt wo ich älter bin auf jeden Fall kommen wir da hin oh der sieht nicht gut aus Textnachricht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leider muss ich Ihnen mitteilen dass unsere schlimmsten Befürchtungen wahr geworden sind die Vichita Linie ist gefallen und unsere Position wird in weniger als 24 Stunden überrannt werden wie Sie sicher verstehen werden steht kein Abtransport zur Verfügung es steht Ihnen frei die Anlage zu verlassen und Ihr Glück zu Fuß zu versuchen Schloss 2 wird um 21 Uhr entriegelt und bleibt dann 15 Minuten geöffnet viel Glück für diejenigen unter uns die nicht auf der Flucht sterben wollen findet um 22 Uhr eine Versammlung im Gemeinschaftsraum statt Schwester Shana wird geeignete Mittel zur Verfügung stellen ich möchte betonen wie stolz ich auf jede einzelne Person die hier gedient hat es ist wichtig daran zu denken dass unser Opfer nicht vergeblich sein wird ich hoffe es macht die Sache etwas leichter seit Monaten unterschreibe ich meine Nachricht mit Direktorin Evans aber ich glaube wir können diese Formalität jetzt bleiben lassen hochachtungsvoll Alan das ist aber nett freut mich Alan dich kennengelernt zu haben das frage ich mich auch jetzt habe ich hier massiv viele Vorräte aha ich bin gesundheitskrank kann ich nicht trinken kann ich nicht nehmen die Brüder ist noch was das würde ich auch ganz gerne noch mitnehmen nice so wir können nochmal schauen ob wir hier irgendwas verbessern können wo war denn das nochmal Reifen Tragekapazitäten genau hier können wir sicherlich Sachen verbessern Outfitbeutel Modifikationsbeutel Scharfschuss Fallenbeutel Trankbeutel Trankbeutel verbessern das ist gut das gefällt mir das nehme ich kling so ja nicht schlecht ich wusste doch es lohnt sich hier nochmal rein zu gehen oh ne wait von hier bin ich gekommen oder ach ne quatsch das war schon der richtige Weg jetzt können wir uns hier ein bisschen beeilen ich glaube wir sind jetzt hier überall durch wo wir durchgehen konnten nein nicht so ganz oder doch boah Knatsch im Hintergrund ah hier ist doch noch mehr bumm hör auf hallo ich bin die neue bin hier erst eingezogen ganz viele Vorräte vielleicht sind hier auch Sachen die man sich nochmal angucken kann ne sind hier nicht hier ist auch nix na gut auf jeden Fall erleichtert uns das schon mal ein bisschen den Start Achso Tür aufstemmen Ach klar wir haben uns hier damals als Kind durchgedüttelt und jetzt sind wir aber hier groß genug um hier Sachen kaputt zu treten von A nach B zu laufen Ach Mensch das war doch die Stelle mit den ja mit den Büchern wobei ich glaube die Bücher liegen hier überall rum Moment Ha Sprachprotokoll Sie haben Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt wie Vieh im Schlachthaus aber sie haben sich angelächelt Jana teilt Medikamente aus das Leben ein Schmerz sei der verschwinden muss Ach das hatten wir doch schon einen Text kennen wir doch schon Ich will nicht verstummen ich will nicht verhallen am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen keine Klammer Nein ein Ausrufezeichen Also wenn das hier jemanden aufregt Pech gehabt ich schulde niemandem mehr irgendetwas Musste ich hier nicht so aufspielen nur weil du hier keine Ahnung das klingt eher so als ob hier so ein Krieg war oder sowas So hier sind wir runter gefallen das heißt hier kommen wir jetzt auch jetzt vermutlich wieder hoch irgendwie Vielleicht über die Ranken dort Oder auch nicht Toll Ich sag nicht ich darf den gesamten Weg nochmal hochlaufen das wäre ja kacke Moment Na ganz toll Einmal nochmal und dann sind wir die Späder Mäuse sehr schön und ich mach das jetzt einfach